Auf die Plätze, fertig, los! Gegen welches Team hast du die meisten Spiele ohne Gegentor absolviert? Weiß ich nicht. Wie heißt der amtierende Welttorhüter des Jahres 2019? Alles im Bäcker. Richtig. Unter welchem Trainer hast du die meisten Spielminuten gesammelt? Bruno Labbadia. Welches Team hat aktuell die beste Tordifferenz in der 2. Liga? Kreuter Fürth. Richtig. Womit endete dein U21-Länder-Spieldebüt nach 44 Minuten? Roten Karte. Gegen wen scheiterte der 1. FC Heidenheim dieses Jahr in der Aufstiegsrelegation? Bremen. Richtig. Mit welchem Spieler, der eine HSV-Vergangenheit hat, hattest du die meisten gemeinsamen Spiele? Sonst weiter? Weiter. Welcher deiner heutigen Mitspieler hat 2019 einen verschossenen Elfmeter gegen dich im Spiel gehabt? Weiß ich nicht. Weiter. Tim Leibold. Welche Mannschaft hat bisher die wenigsten Gegentore kassiert? Kreuter Fürth. Paderborn. Gegen welches Team hast du am meisten die häufigsten gelben Karten gesehen? Weiß ich nicht. Gegen den HSV? 3, 2, 1, go. Mit welchem Team sind wir aktuell punktgleich in der Liga? Bochen. Richtig. Welcher deiner Mitspieler hat in dieser Saison die meisten Spielminuten gesammelt? Der Runde. Richtig. Gegen wen hast du dein erstes Länderspiel absolviert in der U17? Oh. Ähm. Frankreich? Nein, Finnland. Welcher Senegalise wurde 2018-19 Torschützenkönig in der Premier League? Sajjomani. Richtig. Wie heißt der Rekordnationalspieler Belgiens? Äh. Weiter. Jan Vertongen. Wer ist aktueller Tabellenführer in Belgien? Boah. Äh. Berskot? Äh. Geng. Ach. Gegen wen hast du dein einziges Tor in der UEFA Youth League erzielt? Äh. Sajjomani. Richtig. Wer ist unser erster Gegner im Jahr 2021? Boah. Weiter. Regensburg. Wer hat deine Vorlage beim Tor in Dresden gegeben? Äh. Teron. Richtig. Gegen welche zwei Teams hast du diese Saison die gelbe Karte gesehen? Äh. Äh. Einmal. Ah. Ah. Ich weiß nicht. Äh. Ah. Alles klar. Auf die Plätze. Fertig. Los. Gegen wen hast du dein erstes Zweitligator erzielt? Äh. SC Freiburg. Richtig. Welcher KSC-Spieler hat bislang die meisten Tore erzielt? Philipp Hoffmann. Richtig. Gegen welche Mannschaft hast du für den BVB das erste Mal im Bundesliga-Kader gestanden? Äh. Bayer Leverkusen. Richtig. In wie vielen Pflichtspielen gegen den KSC hast du bisher auf dem Platz gestanden? Weiter. Unter welchem Trainer hast du dein Zweitligadebüt gegeben? Äh. Stefan Effenberg. Richtig. Wem hast du die Vorlage zur 1-0-Führung in diesem Spiel gegeben? Äh. Nick Proschwitz. Korrekt. Unter welchem Trainer besiegte unser HSV im Jahr 2015 den KSC in der Relegation? Und? Äh. Oh. Und? Okay. Okay. Oh.